Ja, hallo und herzlich willkommen zu Half-Life 2 Episode 1 Oh mein Gott Was passiert jetzt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu See about that So, das war das Intro Da hat man auch den Kern gesehen, diesen Reaktor da Oh, das Finale stattgefunden hat in Half-Life 2 Jetzt werden wir hoffentlich mal gerettet hier Rette mich Doog Oh mein Gott, das ist Doog Hoho Hol mich raus Oh mein Gott, Alex Ja Ja So worried Hey, the gravity gun Give it to me, sofort Wo ist sie, gib sie mir Da, danke Da, da, Gordon Da hat er sich wohl gehört Da hat er sich wohl gehört Oh mein Gott, schnell, wir kriegen es nicht auf, ah, wir müssen das hier nehmen Wo ist er, wo ist er, wo ist er los, wo ist er los Was ist der Anführer der Rebellen? Ja 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 Sie beide müssen aus der Stadt raus. Die Citadel könnte auf jeden Fall blöden. Es gibt keine Frage, dass es wird, glaube ich. Unsere Sensoren remote zeigen, dass der Prozess sich acceleriert, um eine dunkle Energie flair zu werden. Jemand in der Nähe von der Nähe wird auf energetische Events, whose effects are beyond my powers of speculation. Die Ravage zu cellularen Material sind unimaginable. Dad? Oh, dear. Eli, ich bin sorry, aber sicherlich gibt es keine Anmerksamkeit. Alex ist gut aus der Horms-Way bei jetzt. Well, eigentlich, wir sind noch in der Citadel. What? Oh, dear. Aber es gibt wirklich keine Zeit. Der Korps ist sehr nahe zu verlassen. Warum, es gibt keine Chance, zu weit entfernen, ohne die erste... Well, nichts, außer einer direkte Intervention in der Korps könnte die Reaktion der Reaktion. Das heißt, in die Korps? In die Korps? Ja. Aber es ist viel zu gefährlich, zu betrachten. Die Ravage wird in Radiation. Ja. Wir müssen es aber tun. Wir müssen die Welt retten. Ja, zumindest das hier. City ist die Ravage, die den Rest der Reaktion auf dem Weg steht. Okay, Alex. Okay, okay. Okay, just promise me. Promise me, that you won't take a single unnecessary risk. I promise. I love you. I love you too, baby. I'll be praying for you. Don't worry. I'll see you soon. I'll see you soon. The radio is away. Yeah. Don't worry. Let's see if we can find a way into the Citadel from somewhere along the rim. Okay. Then, let's go there. Hm. Then, let's go through here. Dog, a little help please? Ah, Dog. Is so powerful as all. Okay, he does that already. He does it. He does it. He does it. I'm going first. Ladies first. Oh, that's not. Oh man. Thank you, you goldfrored. Okay boy, pack up and meet us on the far side of this ridge. Very deep. Oh, I'll go down here. Oh, I'll go down here. Oh. I should always go down here. Oh, yeah. What? What was that? Oh my god. I'm mad. I'm mad. I'm an alien. Don't worry about paying any attention. I'm not going down. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh my god. I'm just going back to the physics side of thisnelly. Oh. 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 Oh, where did I come down here? Oh, oh. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Was? Was geht'n da ab? Woa! Da ist grad irgendwie... Was ist abgefallen? Dork! Dork ist unzerstörbar! Wie kommen wir da rüber? Wir können nicht fliegen. Das ist jetzt ein tolles Zug. Guck! Oh! Ach, wo geht's? Okay, Dork. Das ist nicht zu hilfreich. Dork! Dork! Wir sind nicht zu hilfreich. Nein, nein! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was macht er da? Was tut er nur? Woa! Wir fliegen Teile. Deine Tür! Woh! Out! Oder eher gesagt Bus! Gepasst! Das war echt knapp! Mann! Du sagst das doch nie! 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 Warte! Oh nein! Du bist nicht ernsthaft! Bist du? Er will uns doch jetzt nicht da rüberwerfen! Ich vertraue ihm einfach mal! Ich geh mal rein! Halt dich gut fest würde ich mal sagen! Oh! Ich hab schon jetzt alles drin! Hallo! Oh! 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 Halt dich gut! Bei mir. Oh-. Oh. Oh! Oh-. Oh! macht dich ja rein! Have a bite! Warte mal, das war ja. Wie im Achterbahn-Simular. Hey, aber wir könnten ja einkriegen. Nein, wir könnten ja nicht, denn das war ja nicht. Das fährt gleich im Prozess. Da sind wir also hergekommen. Irgendwie mehr oder weniger. Dann gehen wir mal hier nach. Gehen wir hier nach? Ich weiß nicht, ob man hier überall Feuer ist und alles kaputt ist. Mal gucken. Lalalalala, kommst du? Alles kommt. Loading. So, sie hat auch als einzige irgendwie gerade eine Waffe. Ich hab gerade noch einen. Ich hab auch nicht. Mal gucken. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, sie fallen wieder runter. Ich glaub das war nicht so gut. Ah, hier runter. Uh, komm mit mir. Ich fang nicht auf. Ups. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Stalker. Noch ein Stalker. Sie sehen ganz schön cool aus. Und haben häckige Köpfe. Oh. 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 Junge. Oh. Oh, wegen dem hier oder was. Oh Mann. Mach das hier weg! Lass uns durch. los was wo wo fahren die nicht neben hier können wir durch gut gemacht Alex gut gemacht toter stalker wo geht es hier lang hier runter noch einen runter ich dachte grad schon ich fall jetzt ganz runter zum Glück nicht aber jetzt fällt es runter der Aufzug geht immer hin nein weiter da da großer Aufzug wenn man ihn braucht geh weg geh weg dann soll ich die eine wegschießen und die andere nehmen und es hat gefehlt na toll nochmal ne unnötige Zeitverschweck nein jetzt geht er fast gerade wieder hoch geht geht doch da bin ich wieder ohne Probleme alles geschafft da bin ich wieder ohne Probleme alles geschafft oh jetzt können wir mal hier durch oder ja dann tipp mal auf den coolen Tast